Meine Damen und Herren, eine zweite Persönlichkeit ist von uns gegangen. Der ehemalige Staatspräsident der Sowjetunion, Michael Gorbatschow, starb am 30. August im Alter von 91 Jahren. Gorbatschow hat die sicherheitspolitische Architektur Europas und der Welt nachhaltig verändert. Statt auf Konfrontation setzte er auf Verhandlungen. Seine neue Offenheit dem Westen gegenüber ermöglichte die Wiederaufnahme von diplomatischen Gesprächen und brachte letztlich in der Folge den eisernen Vorhang zu Fall. Nach seiner führenden Rolle bei der Neuordnung der Ost-West-Beziehungen wurde er 1990 mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Gorbatschows Reform- und Entspannungspolitik ebnete den Weg in eine friedliche deutsche Wiedervereinigung und somit unsere gemeinsame Zukunft. Durch sein Ja zur Deutschen Einheit wurde auch die Geschichte unseres Hauses neu geschrieben. Ein Jahr nach dem Fall der Berliner Mauer konnten sich alle 16 Länder im Bundesrat versammeln und so den Grundstein für die heutige Zusammenarbeit im föderalen System des geeinten Deutschlands legen. Mit Gorbatschow verlieren wir einen Staatsmann, dem es gelang, eingestürzt geglaubte Brücken zwischen Ost und West neu zu errichten und schließlich die Teilung Europas und Deutschlands zu überwinden. Und ich betone an dieser Stelle, friedlich zu überwinden. Dass dabei kein Schuss gefallen ist und in der Bundesrepublik Deutschland und in der damaligen DDR nichts Schlimmeres passiert ist, danken wir auch Michael Gorbatschow und den Menschen, die alle bei Vernunft geblieben sind. Ich bitte Sie für einen Moment des Gedenkens, sich zu erheben. Ich danke Ihnen.